Dieses eine Hobby lieben Frauen. Frauen lieben es vor allem, wenn sie sehen, dass du gewisse Eigenschaften mitbringst, die nur Männer haben, die solche Hobbys machen. Was für ein Hobby das ist, welche Eigenschaften du dementsprechend auch schon längst mitbringst, die attraktiv auf Frauen wirken und aber auch der Fluch an der ganzen Sache. Das Problem, wieso es trotzdem aktuell noch nicht mit Frauen läuft für Männer wie dich, die dieses Hobby haben. Das erfährst du jetzt. Herzlich willkommen im Freundinnen finden Podcast. Wir wollen dich gar nicht so lange hier auf der, wie sagt man, auf Spannung halten. Auf die Folter spannen. Auf die Folter spannen. Dankeschön. Sprichwörter mit Andy Friday und Dominik Van Aave. Herzlich willkommen im Freundinnen finden Podcast und mit dabei haben wir natürlich einen sehr geschätzten Kollegen des Experten, des Selbstbewusstseins in einem komplett neuen Ambiente, Dominik Van Aave. Ja, yes, ich bin umgezogen, aber das interessiert dich überhaupt nicht, denn ich will dich nicht länger, wir wollen dich nicht länger auf die Folter spannen. Lass uns loslegen mit genau diesem Hobby, das Frauen so attraktiv finden und vor allem die Fehler, die viele Männer machen, die genau dieses Hobby haben. Wenn du ein Mann bist, der gerne Rad fährt, Bergsteigen macht oder wandert, dann bist du jemand mit sehr attraktiven Eigenschaften für Frauen. Diese Eigenschaften retten dich aber leider nicht davor, dass es oft trotzdem nicht mit Frauen klappt. Und wir werden dir ganz genau sagen, warum. Denn zunächst mal, die positiven Eigenschaften, die lassen sich nicht von der Hand weisen. Und wir sehen es bei unseren Klienten immer wieder, dass die Männer, die schon zu uns kommen und schon Sport machen, und meistens ist es eines dieser Sportarten, die haben, sobald es dann mal mit Frauen anfängt zu laufen und sie positive Reaktionen bekommen, so meistens schon ab der dritten, vierten Woche in unserem Coaching und Frauen anfangen, positiv auf sie zu reagieren und sie anfangen, wieder Mut zu entwickeln, dass sie anscheinend doch eine gute Chance bei Frauen haben, dann punkten sie mit genau diesen Eigenschaften, die sie schon die ganze Zeit hatten. Und damit bist du einfach schon mal ein Riesenschritt voraus. Allerdings, diese Eigenschaften haben auch spezifische Nachteile. Welche Eigenschaften sind das zum Beispiel? Nun, du hast zum Beispiel ein langfristiges Commitment. Das zeigst du, weil du diesen Sport ernst nimmst, weil dir Gesundheit wichtig ist und du machst es regelmäßig aus diesen Gründen. Da führt auch kein Weg dran vorbei und wenn du es nicht machst, dann ärgert dich das und du willst schnellstmöglichst wieder reinfinden. Du hast also schon die Gewohnheit etabliert, dich für etwas langfristig zu committen. Und das ist sehr anziehend für emotional gesunde Frauen, die ebenfalls ein langfristiges Commitment mit einem Mann suchen, die auch nicht einfach nur für eine Nacht mit dir schlafen wollen und dann auf dem Mal wiedersehen, sondern sie suchen den Mann, mit dem sie zusammen etwas aufbauen können, mit dem sie eine Familie gründen können, mit dem sie zusammen alt werden können, mit dem sie wunderschöne Erfahrungen und Abenteuer schreiben. Das ist genau einer der Werte, nach denen diese Frauen suchen. Bewusst oder unterbewusst. Und den hast du schon abgedeckt. Sehr attraktiv. Viele der Männer, die Rad fahren oder Bergsteigen in unserem Coaching, die haben dann auch erstmal, sobald das Coaching vorbei ist, erstmal eine Freundin mit gewissen Vorzügen, eine Freundschaft plus. Oder sie haben schon die richtige gefunden und zwei Jahre später melden sie sich dann und sagen, hey, wir haben auf einmal jetzt zwei Kinder auch noch bekommen. Also vielen Dank dafür, Jungs. Das ist ein natürlicher Prozess, wenn du so viel Vorarbeit schon geleistet hast in deinem Leben, in puncto Disziplin, in puncto Commitment und dann fehlt dir nur noch dieses nötige Wissen, wie man flirtet, wie man auf Frauen zugeht, leichtherzig kommuniziert und dann eben auch das Ganze vorantreibt, damit das erste Date geschieht und das zweite Date geschieht. Das ist nicht die Welt, die du dabei lernen musst. Es sind eher diese anderen Gewohnheiten, die die anderen Männer lernen müssen, die zum Beispiel keinen regelmäßigen Sport machen, wo dann die Krux an der Sache liegt. Nämlich an der Disziplin, an dem langfristigen Commitment. Und das bringst du schon mit. Also sobald der Ball einmal ins Rollen gekommen ist, hast du unglaublich tolle Karten und das ist saugeil, immer wieder mit anzusehen. Gerade auch, weil Disziplin, gerade die Disziplin zu haben, das sagt ja darüber aus, dass du für etwas Größeres arbeitest und ganz besonders halt auch nicht ein Ziel vor Augen hast damit. Also du hast ein ungefähres Ziel. Von mir aus gehst du Radfahren und möchtest gerne... Keine Ahnung, 100 Kilometer in einer Stunde fahren oder so. Keine Ahnung, ob das mit dem Rad möglich ist. Aber... 100 kmh, ja. Bergauf. Bergauf, genau, rückwärts auf einem Rad. Dann möchtest du das halt irgendwie erreichen und trainierst zum Beispiel dafür. Aber das ist halt kein spezifisches Ziel. Du möchtest halt generell vielleicht einfach nur eine gewisse Strecke schneller erreichen. Oder schneller fahren. Oder auch hier vielleicht irgendwie dein aerodynamisches Verhalten irgendwie, deine Haltung irgendwie da verbessern und so weiter. Und hast dann da eine Messung, weil du halt die letzten 10 Kilometer halt jetzt nochmal ein bisschen schneller gefahren bist als gestern und so weiter. Und du hast halt mit dieser Disziplin hast du kein bewusstes Ziel. Du bist halt nie wirklich fertig. Und das bedeutet, das ist de facto, du bist damit auf der Reise. Du fokussierst dich damit nicht auf das Ziel. Du bist nicht zielorientiert, sondern prozessorientiert. Und das ist genau das, was wir halt auch immer sagen, was den Unterschied macht. So Männer, die halt im Thema Frauen zielorientiert sind, die gehen auf eine Frau zu, überwinden sich, sie anzusprechen und dann ignoriert sie die Frau oder irgendwie die Frau ist vergeben und so weiter. Und dann ist so, ja, alle Frauen, die ich anspreche, sind vergeben. Oder ja, alle Frauen ignorieren mich und so weiter. Weil du dich halt auf dieses Ziel konzentrierst. Wärst du aber prozessorientiert und möchtest generell dein Leben mit Frauen verbessern, dann siehst du das einfach nur als, ja, okay, ich habe mein aerodynamisches Verhalten gerade nicht so verbessert, wie ich gedacht habe. Da muss es einen anderen Weg geben. Du bist dann prozessorientiert und das macht auch glücklicher. Du bist dann auch viel entspannter, weil du halt nicht dich irgendwie immer damit vergleichst, habe ich jetzt gerade mein Ziel erreicht oder nicht? Bin ich gerade gut genug oder nicht? Und ich bin nur dann gut genug, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Du kennst das vielleicht. Das ist Perfektionismus. Das ist gleich, also Perfektionismus oder Prokrastination, das ist beides Perfektionismus. Das ist einfach nur, das sind zwei, drei Extreme, zwei Extreme auf der Skala des Perfektionismus. Und du setzt dich damit halt die ganze Zeit unter Druck und vergleichst dich damit mit einer perfektionistischen Version oder einer perfekten, Anführungszeichen, Version von dir, die du halt niemals erreichen kannst. Oder vergleichst dich halt mit jemandem, der eine andere Reise als du hat, der eine andere Biografie hat, der einfach eine andere Persönlichkeit ist als du. Vergleichst dich mit dem, weil der das ja schon erreicht hat. Zum Beispiel mit deinen Freunden. Mit dem bist du aufgewachsen, mit dem hast du irgendwie das Studium abgeschlossen oder Schule abgeschlossen, was auch immer. Mit dem bist du halt immer noch befreundet. Und die haben halt schon irgendwie Haus, zwei Kinder oder zwei Häuser, ein Kind. Keine Ahnung, je nachdem, was ihre Prioritäten sind. Und du halt nicht. Und dann denkst du, okay, bei mir muss halt irgendwas schlimm sein, bei mir muss halt irgendwas nicht stimmen. Die haben das halt schon. Und das macht halt unglücklich. Damit vergleichst du dich. Und wenn du dich vergleichst, dann bist du halt nicht happy. Oder du vergleichst dich halt mit anderen, vergleichst dich nach unten. Und das kreiert dann eine Form von Arroganz, was halt dann auch nicht Glück ist. Also du bist dann halt auch nicht zufrieden. Du bist dann auch nicht, wie sagt man, nicht, nicht, also was ist happy auf Deutsch, Andi? Glücklich. Das ist nicht glücklich, das, nee, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Zufrieden, glücklich. Ja, zufrieden, da nehmen wir glücklich. Also ich glaube, das ist auch die Übersetzung, aber das ist nicht das, was ich meine eigentlich. Komme ich gleich noch ein paar auf. Aber das ist genau die Sache dabei. Wenn wir Disziplin haben, dann sind wir prozessorientiert. Und damit sind wir zufrieden. Damit sind wir glücklich. Damit sind wir im Moment, weil wir uns halt nicht mit irgendetwas vergleichen, was dann einfach de facto über uns aussagt, wir sind nicht gut genug. Ja, du bist die Personifikation der Gewohnheiten. Wie wir es in der letzten Folge ja auch schon gesagt haben. Du bist, was du wiederholt tust. Und wenn es für dich eine Gewohnheit ist, Disziplin an den Tag zu legen, immer wieder etwas zu machen, nicht weil du spezifische Ergebnisse in der Handlung sofort herausforderst und brauchst, sondern weil du einfach auf den Prozess dieser Handlung vertraust. Weil du sagst, mir ist Gesundheit einfach wichtig. Ich muss da jetzt kein sofortiges Ergebnis dabei sehen. Ich weiß, dass es mir gut tut, dass ich dadurch einfach entspannter bin, fitter bin. Und es ist mir einfach ein Wert. Das ist sehr attraktiv. Und klar, wenn du die Summe deiner Gewohnheiten bist, dann sieht man das auch, weil du bist dann die Summe dieser Gewohnheiten. Du siehst fitter aus, du wirkst entspannter, du hast einen niedrigeren Ruhepuls, also du hast einen aufrichteren Gang. Deine ganze Ausstrahlung ist einfach mehr, oh, das ist ein Mann, der kümmert sich um sich selber. Entspannter. Ja, du bist entspannt und du zeigst einfach, dass du auch Selbstwert hast. Du kümmerst dich um dich selber, du bist dir selber wichtig. Alles sehr wichtige und attraktive Eigenschaften. Das Problem ist, dass diese Disziplin sich nicht eins zu eins übertragen lässt auf deinen Frauenerfolg, wenn du keinen Leitfaden hast. Beim Sport, da bist du irgendwann auch mal einem Leitfaden gefolgt. Vielleicht tust du es sogar immer noch. Vielleicht hast du auch da noch einen Coach. Aber in jedem Fall hast du dich mal informiert, was wichtig ist, welche Phasen beim Sport wichtig sind. Frühestens in der Schule, also im Sportunterricht, da hast du halt den Leitfaden. Richtig. Vorher wüsstest du wahrscheinlich auch nicht irgendwie, wie du turnst. Richtig. Oder du weißt einfach, wie viel ungefähr du Wasser brauchst, auf wie viel Kilometer. Oder dass du Elektrolyte manchmal dazu machst, weil du weißt, oh, dann bin ich einfach nochmal ein bisschen klarer bei Verstand und, 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 und. Vielleicht bist du sogar noch krasser in der Materie drin und du kennst dich mit deinen Makros aus, mit deinen Proteinen und deinen Fetten und den Kohlenhydraten. In jedem Fall, diese Disziplin, die du an den Tag gelegt hast, im Sport, die versuchst du jetzt auch bei Frauen an den Tag zu legen, aber da hast du keinen Leitfaden. Der fehlt dir dort. Und alles, was du weißt, ist, was Hollywood oder die Mama oder Filme dir gesagt haben und dann bist du natürlich aufgeschmissen, weil das sind Filme. Und die echte Welt funktioniert manchmal oder meistens nicht so, wie du sie in Filmen vorfindest. Und das ist verwirrend und kann demotivierend sein. Und da ist noch ein Nachteil. Denn durch deine Disziplin, die du immer wieder an den Tag gelegt hast, versuchst du vielleicht sogar gewisse Dinge immer und immer wieder, aber fällst halt immer und immer wieder auf die Schnauze und denkst dir dann, okay, dann sollte es wohl nicht sein, dann habe ich wohl damit einfach Probleme. Das können andere wohl einfach besser als ich. Ich bin anscheinend einfach zu nett, zum Beispiel. Dabei ist das Problem nicht, dass du zu nett bist. Das Problem ist auch nicht, dass du die falschen Dinge tust, sondern das Problem ist, dass du dich beschränkt hast. Dass du gar nicht weißt, was alles möglich ist. Dass du gar nicht weißt, dass Frauen zum Beispiel auch sehr gerne mit dir flirten und dass Flirten nicht immer nur aus Komplimenten und Nettigkeiten austauschen besteht, sondern auch mal aus Herausforderungen, aus verrückten Fantasien, aus Szenarien, die du vielleicht von Weitem beobachtest, wenn eine Frau mit einem Mann flirtet und du denkst, worüber reden die da, das macht doch gar keinen Sinn und sie lacht, boah, was ist das für ein Arsch, weil du denkst dann vielleicht, es ist Neid. Wir denken dann einfach, der hat was, was ich nicht habe und dann kommt der Neid vielleicht auch aus uns heraus. Nicht immer, aber wir sind auch nur Menschen, das kann sein, dass es da auch mal herauskommt. Und jemand, der keine Disziplin hat, hört ihr das? Ich höre der Eiswagen hinter mir. Du hörst es? Ja, sollen wir kurz Pause machen, damit du dir ein Eis wirst? Ja! Hm, nee, wir machen mal weiter für euch und im Hintergrund darfst du hören, wie, dass es auch noch schöne Dinge im Leben gibt, nämlich Eis. So, mir ist es nämlich auch sauheiß, das wäre ja gar keine schlechte Idee. Aber diese Gewohnheit alleine, die hilft eben nur dann, wenn du auch ein Leitfaden hast. Ohne Leitfaden, ohne Ahnung, was bei Frauen okay ist und wie weit du gehen darfst und was dann noch respektvoll ist und was einfach über die Stränge schlägt. Das sind alles Dinge, da hast du wenig Erfahrung und aus dem Grund bist du ja ein Mensch, der für Frauen ein Geschenk sein will. Das heißt, du willst nicht ihr irgendwie zur Last fallen, also gehst du nicht zu weit. Du ziehst schon sehr vorsichtshalber eine sehr frühe Grenze und überschreitest sie nicht. Wohingegen vielleicht jemand anders, dem ist das egal, der überschreitet einfach Grenzen, hat dadurch auch mehr Erfolg, aber ist vielleicht auch einfach nicht so, ihm sind die Frauen vielleicht einfach nicht so wichtig oder ihm ist egal, was er potenziell anrichten könnte. Seine Grenze ist halt einfach später an der Stelle oder also ein anderes Wort dafür ist auch Filtern zum Beispiel. Also du setzt den Filter zu früh an, im Sinne von so, bevor du sie angesprochen hast, ach das gefällt dir sowieso nicht, was ich zu sagen hätte, ist jetzt sowieso nicht der richtige Zeitpunkt. Ach sie gefällt mir sowieso nicht. Du setzt den Filter halt viel zu früh an und findest dadurch halt nicht heraus irgendwie, ob sie dir gefällt oder ob das, was du sagen könntest, ihr gefällt. Und jemand anderes zum Beispiel setzt den Filter halt viel, viel später an und spricht halt erstmal und nach dem Gespräch setzt er den Filter an und fragt sich, gefällt sie mir eigentlich? Und dann geht er vielleicht zurück und sagt so, ey, lass mal, lass mal, lass mal nur mal tauschen. Ja, genau. Das ist der Unterschied zwischen Vordenken und Nachdenken, auf den wir jetzt schon öfters gekommen sind. Dann denkst du vielleicht vor und er denkt nach. Er handelt erstmal. Und die Gewohnheit, nicht nachzudenken, die hast du ja schon entwickelt, weswegen das vielleicht auch verwirrend sein kann, weil du bist wahrscheinlich nicht der Typ, der sich super viele Gedanken macht, wenn er vor einer Frau steht. Der, der in Panik verfällt und der nicht weiß, was er jetzt tun soll, sondern du stehst dann vor der Frau und dir fällt einfach nichts ein. Da ist einfach blanke Leere. Du bist entspannt, aber tja, was jetzt? Leere. Und das ist genau das, was ich meinte am Anfang, das ist eigentlich ein Vorteil. Das ist eigentlich sehr attraktiv, weil dann, dadurch baust du Vakuum auf und Vakuum ist Anziehung. Das gibt ihr ja auch die Möglichkeit, den Raum, den du erschaffen hast, die Leere, die du erschaffen hast, mit ihren Worten und ihrer Handlung zu füllen. Also, du hast quasi eine Einladung ausgesprochen für ein Gespräch und dann schaust du sie an und lächelst und jetzt kann sie dieses Gespräch eben mit ihren Gedanken und ihren Worten füllen. Grundsätzlich etwas Gutes, aber natürlich, wenn du auf gar nichts kommst, dann wiederum ein Nachteil. So, woran liegt es aber, dass du auf gar nichts kommst? Naja, du hast schon einen Weg gefunden, diese Verkopftheit, das ständige Rattern auszuschalten. Die meisten kennen diesen Weg nicht. Du kennst ihn. Sport. Durch den Sport hast du eine Gewohnheit, wo der Kopf einfach mal aufhört zu rattern. Und den kennst du, diesen Weg, diesen Prozess, der tut dir gut, deswegen machst du ihn auch gerne und öfters. Und wenn du dann aber vor der Frau stehst und dann rattert der Kopf aber mal nicht, dann ist es auch nicht von Vorteil, denkst du dir. Deswegen müssen wir als erstes mal einfach anpinnen, dass, wenn du es richtig nutzt, ist das ein sehr, sehr großer Vorteil. Stille Wasser sind unglaublich tief und anziehend für Frauen, besonders für intellektuelle Frauen. Die wollen keine Labertasche. Intellektuelle Frauen mögen einen Mann, der einfach mal diese Stille auch aushalten kann, genießen kann. Und das ist eine große Stärke. Jetzt geht es eben darum, dass du in diesen Momenten, wo du dann eben gar nichts sagst, dass du dort Erfahrungen machst, was du tun könntest, kleine Impulse zu setzen. Und genau da setzen wir eben an mit emotionalem Wert, mit den ersten drei Wochen bei uns in der Flirtmasterclass, mit den einfachen Schritten, die aufeinander folgen, wo du langsam austestest, respektvoll austestest, was denn alles für Gesprächsthemen möglich sind, die sie zum Lachen bringen, die sexuelle Spannung in den Raum bringen. Und wo du dann auch die Möglichkeit hast, das Ganze vorwärts zu bewegen, auf eine sehr anspannende, auf eine sehr entspannte und sexuell anziehende, daher kam das A in meinem Kopf. Auf eine sehr entspannte und sexuell anziehende Art, das Gespräch in die Richtung zu lenken, sodass ihr zwei euch auch auf einem Date oder einem zweiten Date oder dritten Date wiedersehen werdet. Und viele Frauen in diesen Momenten können gar nicht anders, können gar nicht anders, als genau diesen Mann sofort, instinktiv in eine Kategorie reinzustecken, nämlich, das ist der Mann, der auch gut im Bett ist. Warum? Weil dieser Mann eben nicht sich versucht zu profilieren. Und das ist nun mal so eine kleine Nebensache, mit der du bei Frauen auch sehr gut punkten kannst, weil du keine Laberbacke bist. Absatz davon ist ja einfach auch der Gedanke von, also, dass du Disziplin entwickelst oder dass du Disziplin hast im sportlichen Sinn, eine Investition in deine Zukunft, in dein Zukunft sich. Also du weißt, dass du, wenn du die Dinge machst, obwohl du dich vielleicht auch gerade nicht danach fühlst, also das bedeutet ja auch Disziplin, die Dinge zu tun, einfach weil sie jetzt gerade auf der Agenda stehen, einfach weil sie jetzt gerade gemacht werden, weil es aber vielleicht meine Morgenroutine ist, weil ich einfach weiß, dass das mich besser macht. Sobald ich mein Gehalt bekomme, geht ein gewisser Prozentsatz in diese Investition. Das ist halt nicht schön für diesen Monat, weil dir dann dieser Prozentsatz fehlt zum Ausgeben, aber dein Ich in zehn Jahren findet das richtig geil, ist dir super dankbar dafür. Und das ist halt Disziplin, das kurzfristige Unbehagen auszuhalten. So zum Sport zu gehen, von mir aus ins Fitnessstudio oder dich aufs Rad zu schwingen, da hast du vielleicht auch manchmal gar keine Lust drauf oder gerade irgendwie einfach deinen Sport zu machen. Manchmal einfach hast du da keine Lust drauf, aber es muss gemacht werden. So, es ist einfach Teil der Agenda und du weißt, wenn du es nicht machst, fühlst du dich schlechter hinterher. So, es fühlt sich halt besser an, irgendwie jetzt gerade auf der Couch liegen zu bleiben. Völlig verständlich. So, und beim Thema Frauen, da begegnen uns oft dann auch Männer, so die auf uns zukommen und dann sagen die, ja, ich bin gerade irgendwie, ich habe gerade keine Motivation. So, ich weiß, ich muss es machen, aber wie kriege ich jetzt wieder Motivation? Und das ist so, du brauchst nicht Motivation. So, wenn du Motivation suchst, dann sagst du, ich will gerade jetzt mich gut fühlen, sonst mache ich das nicht. Wenn ich mich jetzt nicht gut fühle, mache ich das nicht. Und damit investierst du in dein jetziges Ich, in dein Heute-Ich, in dein Jetzt-Ich, statt in dein Zukunfts-Ich. Und immer dann, wenn wir zu jeder Zeit die Entscheidung zu treffen, investiere ich gerade in mein Jetzt-Ich oder in mein Zukunfts-Ich. Und wir wissen ganz genau, immer dann, wenn wir in unser Jetzt-Ich investieren, dass unser Zukunfts-Ich leiden wird. Und immer, wenn wir in unser Zukunfts-Ich investieren, dann haben wir jetzt ein leichtes Unbehagen, aber unser Zukunfts-Ich wird sich noch größer fühlen. Also, um auch auf der anderen Seite das mal zu beleuchten. Wer hat es gesagt, war es Warren Buffett oder so? Sagen wir, es war Warren Buffett, der gesagt hat, Disziplin kostet Dollars. Und Bedauern kostet Millionen. Also, natürlich halt Millionen Dollars, aber entsprechend so eine Handvoll Dollar kostet halt, die Disziplin gerade aufzubringen. Aber das Bedauern, das kostet halt Millionen. Weil dein Zukunfts-Ich halt damals hätte handeln sollen. Und wenn du halt nur darauf schaust, dass du gerade irgendwie motiviert bist genug dazu, das zu tun, dann möchtest du dich halt gerade jetzt gut fühlen. Und du möchtest halt jetzt die Millionen Dollar haben. Du möchtest halt jetzt so frei sein, zu handeln, wie dein Zukunft sich handeln würde. Und das ist eben genau dieser Gedanke, der so verquer ist im Prinzip. Wenn du auf Motivation schaust, also auf die Motivation wartest, wird sich nie etwas ändern. Aber wenn du in die Aktion kommst, kommt die Motivation automatisch mit. Das ist es. Der Appetit kommt beim Essen. So, wenn du dich gerade nicht danach fühlst, irgendwie rauszugehen, Frauen anzusprechen. Weil manchmal, kenne ich auch von mir, so manchmal ist die Welt einfach gerade zu überwältigend. So, dann fällt es mir auch zum Beispiel schwer, rauszugehen. Aber was ich dann mache, ist halt den kleinsten Schritt zu machen. So, okay, erst mal Schuhe an. Dann habe ich schon mal die Schuhe an. Okay. Dann kann ich schon mal den Schlüssel in die Hand nehmen. Okay. Und dann kann ich auch mal gerade irgendwie vor die Tür gehen. Okay, wenn ich schon mal vor der Tür bin, kann ich mir auch gerade Kaffee holen. Okay, wenn ich gerade schon in der Schlange stehe, dann kann ich auch gerade dieser Person Hallo sagen. Und zack, bin ich im Gespräch und zwei Stunden später komme ich nach Hause und hatte den besten Tag meines Lebens. So, das ist die, wenn wir halt die kleinsten Schritte machen. So, wenn wir in die Aktion kommen, kommt die Motivation automatisch mit. Und dazu, das überstehende Thema, was sich halt so darüber stellt, ist halt die Disziplin. Wenn du sagst, ich möchte das tun, ich möchte, ich weiß, wenn ich das nicht tue, fühle ich mich morgen schlecht. Ich weiß, wenn ich das nicht tue, fühle ich mich jetzt gut, aber mein Zukunft fühlt sich zehnmal so schlecht. Eine Million Mal so schlecht. Dann weißt du, für wen du das tust. Und jedes Mal, wenn du irgendetwas bedauert hast in deinem Leben, dass du diese Frau nicht angesprochen hast oder so, dann weißt du ganz genau, shit, ich hätte das tun sollen. Ich hätte jetzt einfach da hingehen sollen, dann hätte ich halt einfach vielleicht eine Ablehnung bekommen. Das wäre halt für diesen Moment halt so unangenehm gewesen. Aber jetzt, jetzt fühlt sich das jetzt, wo ich zu Hause bin und vor zwei Stunden sie hätte ansprechen können und ich sie noch drei, vier Mal gesehen habe, dass sie da rumgelaufen ist. Jetzt fühlt sich das richtig, richtig schlecht an. Jetzt fühlt sich das richtig mies an. Und jetzt denke ich, dass ich nichts wert bin, dass ich alles falsch gemacht habe, dass ich nie eine Freundin finden werde, nie eine Partnerin generell finden werde, nie eine Frau finden werde, dass ich immer alleine bleiben muss. Und mit dem Gedanken gehst du dann auch ins Bett. Das verstärkt sich für den nächsten Tag. Und der Druck wird immer größer. Und dann sprichst du beim nächsten Mal dann vielleicht eine Frau an, weil der Druck halt so groß ist. Aber dann gehst du halt mit so einem großen Druck da drauf, dass du halt sagst, alles oder nichts, jetzt muss es was werden. Und dann hast du halt irgendeine komische Ausstrahlung, so die einfach Menschen abstößt, weil du halt unbedingt willst, so Thema Bedürftigkeit. Einfach, weil du willst, dass dieses unangenehme Gefühl aufhört. So gehst du halt dann auf die Frau zu. Und sie kann halt nicht anders, als dir vielleicht einen netten Korb zu geben, dich zu ignorieren oder einfach vielleicht mit den Augen zu rollen und einfach sich schnell von dir zu entfernen. Einfach, weil diese Energie nicht angenehm ist. Und dann hast du noch mehr Beweise dafür gesammelt, dass du nicht gut genug bist. Einfach nur aus dem Grund, weil du danach gehandelt hast, sodass du dich gut fühlen musst, bevor du handelst. Statt einfach die kleinsten Dinge zu tun, auf den Prozess zu vertrauen, den kleinsten ersten Schritt zu machen, den kleinsten ersten Schritt zu machen, den du machen kannst. Und wenn sich selbst der Schritt noch zu groß anfühlt, dann mach ihn da auch kleiner. Genauso machen wir es ja auch im Coaching. Wenn, keine Ahnung, Woche vier, die Männer haben dann Angst davor, diese eine Aufgabe zu machen. Aber sehen halt so, dass jemand anders, der zur gleichen Zeit gestartet ist im Coaching, wie sie einfach kein Problem damit hat. Dann ist auch wieder, oh, Vergleich, an mir muss irgendwas schlimm sein. Ich muss irgendwie fehlerhaft sein, weil bei der anderen Person, da geht es ja so leicht. Nee, hat überhaupt nichts damit zu tun. Die andere Person ist eine andere Person. Und wenn es halt bei dir diese Hürde zu groß ist, dann sagen wir nicht, ja, dann musst du halt dich mal mehr anstrengen. Was wäre denn das? Das wäre total quatsch. Was wir da machen, ist halt die Hürde kleiner machen. Du kannst dir das vorstellen, da ist halt eine große Mauer vor dir. Und jemand anders kann da halt irgendwie mit ein bisschen Anlauf und ein bisschen Klettern drüber springen. Und das Ziel ist einfach nur, über die Mauer hinwegzukommen. Wie du darüber kommst, ist doch völlig egal. Das heißt, was wir machen, ist halt vielleicht mit dir eine kleine Treppe zu bauen. Mit dir eine Leiter irgendwie da hinzustellen, damit du da drüber kommst. Schritt für Schritt, Sprosse für Sprosse. Weil am Ende des Tages geht es darum, dass du da drüber gekommen bist. Nicht, ob du so massiv viel gestruggelt hast oder ob es dir massiv schwergefallen ist und so. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wenn du die Disziplin an den Tag legst, nochmal so, es geht immer noch um Disziplin und nicht um Motivation. Wenn du die Disziplin an den Tag legst, dann konzentrierst du dich auf die Reise. Dann genießt du jeden kleinen Geschwindigkeitshubbel, jeden kleinen Stein auf dem Weg, weil jeder kleine Stein am Ende des Tages, und jetzt ist wieder so ein Kalenderspruch, jeder kleine Stein am Ende des Tages ist ein Stein in deinem Schloss des Erfolges. Ja. So geht der Spruch nicht, aber das Bild ist, glaube ich, klar. Hundert Prozent. Chinesische Glückskekse. Heute in der Folge, chinesische Glückskekse oder Zitat von Dominic Van Aave. Falsch. Das war ein Zitat von Dominic Van Aave. Ja, diese Gewohnheit der Disziplin, die, wenn du nicht regelmäßig in irgendeinem Bereich diese Gewohnheit etabliert hast, also indem du zum Beispiel regelmäßig Sport machst, was wirklich eine hervorragende Gewohnheit ist, um diese Disziplin aufrechtzuerhalten, dann kennst du gar nicht dieses Gefühl von jetzt gerade bin ich an ein Limit gestoßen. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Morgen überwinde ich das Limit oder nächste Woche. Es ist sogar was Gutes, dass ich an dieses Limit gestoßen bin. Diese Erfahrung, die müssen wir erstmal gemacht haben und müssen auch realisieren, dass die total normal ist. Dass an eigene Limits zu stoßen geil ist. Dass so Wachstum entsteht. Sportler haben diese Erkenntnis. Und Leute, die sich nicht regelmäßig herausfordern, haben diese Erkenntnis nicht. Und dann nehmen sie auch alles einfach viel mehr zu Herzen und sind dann einfach am Boden zerstört und vergleichen sich viel zu schnell und erzählen sich die Geschichte der Vergangenheit viel zu groß, in viel zu großem Ausmaß, wodurch sie ihre Zukunft wieder genauso bestimmen, dass sie so sein wird wie die Vergangenheit. Und das ist Quatsch. Unsere Zukunft wird nicht von der Vergangenheit bestimmt. Es ist ein Faktor, den es gab. Aber jetzt ist ein neuer Tag. Und den können wir mit der ersten Entscheidung neu bestimmen. Die Entscheidung ist, werde ich jetzt die Geschichte von gestern nochmal erzählen oder werde ich jetzt eine neue Geschichte erzählen? Werde ich jetzt neue Entscheidungen treffen? Ich finde, dass diese Gewohnheit des spezifischen Sports, den jetzt viele unserer Männer machen, also Radfahren, Bandern, Bergsteigen, dass die allerdings auch ein Bild suggeriert, was nicht von Vorteil ist, wenn du Frauen kennenlernst. In gewisser Weise ist es mega vorteilhaft, wie schon gesagt, aber in anderer Hinsicht ist es überhaupt nicht vorteilhaft, weil das sind auch alles Einzelkämpfer-Sportarten. Das sind alles Dinge, die du alleine machst, wo du dich alleine herausforderst. Du gehst alleine Radfahren, gehst alleine Bergsteigen, gehst alleine Wandern. Kann man auch mit Freunden machen, kann man auch mit jemandem machen, aber was machst du, wenn du es mit deinen Freunden machst? Redet ihr dann? Tauscht ihr euch aus? Nee, eben. Jeder schweigt dann einfach vor sich hin und das fühlt sich dann gut an, weil wir das gemeinsam machen, aber wirklich ist es kein kollaborativer Sport. Es ist nicht etwas, wo du den Ball zum Pass rüberschießt oder dann annehmen musst und es ist einfach ganz anders. Es können halt nur so viele Personen auf einem Fahrrad sitzen. Genau, richtig. Und auch Kampfsport ist etwas, was zwar mehr für Einzelkämpfer ist, aber trotzdem, da übst du ja auch mit einem Sparringspartner. Also auch da hast du mit Menschen zu tun und die Sportler, die Mannschaftssport gemacht haben, ihr Leben lang oder ein großer Teil ihres Lebens oder Kampfsport, also eine Sportart, wo du wirklich mit Menschen interagierst oder Tanzen, auch Wettkampfstanz, die haben weniger Schwierigkeiten dann in der Kommunikation mit Frauen, weil sie einfach dieses Gefühl, das ich vorhin angesprochen habe, wo der Kopf leer ist, das kennen sie im Zusammenhang mit einem anderen Menschen in Interaktion. Das sind sie schon gewohnt. Und dann sind sie es auch gewohnt, einfach diese Stille mehr auszuhalten, zu lachen, ein bisschen zu piesacken, zu reden. Wohingegen derjenige, der für sich wandern geht oder Radfahren geht, der kennt diesen Zustand nur für sich. Und selbst wenn dann jemand dabei ist, wie vorhin gesagt, dann wird sich angeschwiegen. Und da hast du, wie gesagt, den großen Vorteil, dass du Stille aushalten kannst. Aber wenn du nur Stille aushalten kannst und du keine Impulse setzen kannst, dann erwartest du von ihr, dass sie die ganze Arbeit macht. Das ist unfair. Das können wir nicht erwarten. Es ist auch unser Job, gewisse Schritte zu gehen. Und deswegen bin ich so ein großer Fan von Tanzen. Weil Tanzen ist etwas, wo der Mann führt, aber nicht die andere Person versucht zu dominieren oder zu sagen, wo es lang geht, sondern es sind immer angenehme kleine Impulse, die den Takt angeben. Die angeben, jetzt wird ein kleiner Spin gemacht, jetzt bewegen wir uns so, jetzt drehe ich mich. Und die Frau kann sich darauf sehr angenehm einlassen. Gute Tänzer können gut führen. Und führen ist eine attraktive Eigenschaft. Das wird oft fehlverstanden mit, oh was, ich muss nicht geführt werden oder soll das etwa heißen, dass Männerfrauen rumkommandieren sollen? Nee, eben nicht. Bei einem Tanz, da kommandierst du deine Partnerin auch nicht rum. Ein Tanz ist angenehm, erfolgt leichten Impulsen und dadurch entsteht Schönheit, die zu zweit möglich ist. Und diese Gewohnheit, die dürfen wir auch in Gesprächen an den Tag legen. Dass wir dort kleine Impulse setzen. Eine der ersten wichtigsten Regeln bei emotionalem Wert ist, dass wir kleine Impulse setzen. Eben nicht, dass wir anfangen viel zu reden, viel zu labern und dann dem anderen irgendwas erzählen von unseren tollen Errungenschaften und hier und da und hier Rolex und mein Einer-Chef und ich habe zwei verschiedene Firmen und ich habe ein IQ über 160. Das will niemand hören. Das ist nicht anziehend. Aber wenn du kleine Impulse setzt, kleine verrückte Fantasie, du stellst nur eine Frage, die vielleicht ein bisschen aus der Norm springt, aber immer noch interessant ist. Also ich habe zum Beispiel mal eine Frage bei einem Festival gestellt. Ganz viele Frauen haben mich einfach dieselbe Frage gestellt. Ich habe gefragt, wo willst du hin? Was meinst du, wo willst du hin? Wo willst du hin? Im Leben. Was ist dein Ziel im Leben? Und die waren immer so total überfordert. Was mache ich im Leben? Boah, gute Frage. Und dann haben sie angefangen zu überlegen, überlegen, überlegen. Ich habe es ernst gemeint, diese Frage. Und daraus sind super spannende Gespräche entstanden, die auch länger gingen, als einfach nur mal hier so eine kurze Minute. die Stille dabei aushalten zu können, ist der zweite Teil, der dann dieses Gespräch so interessant macht, weil du wirklich auch die Antwort hören willst. Du kannst warten, du bist interessiert. Es sind dann eben die Männer, die die Stille nicht aushalten können, nachdem sie diesen Impuls gesetzt haben, die im Internet nach Sprüchen suchen und dann vielleicht bei uns sich den einen oder anderen Spruch abgucken wollen und dann aber keinen Erfolg haben mit diesen Sprüchen, weil sie eben die Stille nicht aushalten können, weil sie nicht wissen, wie man mit der Ja-und-Regel ein Gespräch weiter aufbaut und sie geben einfach nur ein paar Sätze in den Raum und dann sagt die Frau, okay, ja, was soll ich jetzt damit anfangen? Keine Ahnung, ich habe den Spruch im Internet gelesen. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Klar, dann wird es nicht funktionieren. Das wäre eigentlich eine gute Antwort. Das wäre sogar eine witzige Antwort, ja, in der Tat. Ja. Und das ist ja auch der Punkt, wo Coaches ins Spiel kommen, zum Beispiel. Also so ein Sportler, egal ob es jetzt Sportler ist, Tänzer, was auch immer. Also Coaches sind dafür da, dass du schneller, erst mal schneller von A nach B kommst und darüber hinaus auch, dass du dich über deine eigentlichen angenommenen Grenzen hinaus entwickelst. Also das Ding ist halt so, du kannst halt alles alleine erreichen. Du kannst halt alleine tanzen lernen, du kannst halt alleine lernen, irgendwie, wie es ist, irgendwie schneller die nächsten zehn Kilometer mit dem Rad zu fahren oder was auch immer oder noch effizienter, keine Ahnung, in diesem Berg hoch zu kraxeln und so weiter. Das kannst du halt alles alleine lernen. Also in Grenzen. Also in Grenzen so, weil du schaust dich halt natürlich auch um und fragst Freunde, Bekannte, andere Hobbysportler, was auch immer. Aber sobald du halt irgendwie diese Sache ernst meinst, diese Reise ernst meinst, holst du dir einen Coach, der dich halt schneller da hinbringt. und das ist vollkommen normal. Also Cristiano Ronaldo hat einen Coach für Ernährung, für Fitness, was auch immer. Warum sollte ein, keine Ahnung, ein Meisterverein, so Fußball, was auch immer, jetzt ist ja, glaube ich, wieder, was ist EM, WM? EM. Genau. Warum sollten die alle, sind doch alles, alles Weltklasse-Spieler, warum sollten die einen Trainer haben in der Nationalmannschaft, macht ja gar keinen Sinn, die sind doch schon gut. Das ist halt, ein Coach bringt dich halt über dein Limit hinaus. Und das ist halt auch das, was du dich fragen darfst. Möchte ich selber irgendwie, selber irgendwie die ganze Zeit herausfinden, wie das Ganze funktioniert? Immer wieder auf die Schnauze fallen. Kannst du machen. So ist vollkommen okay. Das ist jetzt irgendwie kein großartiger Pitch, also halb natürlich, dass du dich bei uns einträgst für die Flirtanalyse.de. Also geh auf flirtanalyse.de und dann trägst du dich ein und dann sprechen wir bald miteinander und schauen, ob du auch entsprechend so, und ob du zu uns passt, ob wir zu dir passen, so wo genau deine, deine Hindernisse sind. Irgendwie, warum es bei dir, obwohl du vielleicht aus deiner Sicht schon alles richtig machst, warum es bei dir nicht, weil bei dir nicht klappt. So zum Beispiel sagen ja auch deine Freunde dann immer so, du bist doch ein guter Fang, versteh gar nicht, warum du Single bist und so weiter und du verstehst es auch nicht. Und dann schauen wir entsprechend so, woran es liegt, weil manchmal und wenn ich manchmal sage, dann meine ich in den meisten Fällen, sind es halt Dinge, die halt nicht auf unserem Schirm sind. Wir brauchen halt die Sicht von jemand außen, zum Beispiel einem Coach, der darauf spezialisiert ist, zu sehen, wo deine Grenzen sind, wo du dir selber immer wieder den Stock in die Speichen wirst. Radfahren, das Thema. Und wenn wir halt, also wenn wir schon die ganze Zeit mit einem Problem zu kämpfen haben und gerade das Thema Beziehung so kann mir keiner sagen, dass es irgendwie kein Thema ist, so wenn du jetzt Mitte 30, Mitte 40 bist und du bist nicht in deinem Liebesleben, deinem Beziehungsleben, da wo du bist, dann kannst du mir nicht sagen, dass du damit zufrieden bist. So die eine Hälfte wird halt sagen, so ja, es liegt an den Frauen und an der Gesellschaft und so weiter. Ihr könnt wegklicken, wir reden nicht mit euch, so bleibt dabei. Die anderen, die andere Hälfte, die kann gerne hierbleiben, weil die weiß, okay, ich kann etwas ändern. So wie ich es bisher gemacht habe, funktioniert es scheinbar nicht. Ich suche mir mal jemanden, das müssen nicht wir sein, gerne wir. Wenn du die Podcasts auch schon so lange hörst und die Videos schaust und so weiter, dann wahrscheinlich fassen wir sehr gut zusammen. Dann schauen wir da drauf und schauen, woran es bei dir liegt. Und das sind halt oftmals so, es sind, jetzt wollte ich gerade sagen, Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten sind nicht Kleinigkeiten. Das sind dann halt so Sachen, so irgendwie Gesichtsausdrücke, die wir dann machen, weil wir damit, weil wir eigentlich, also Gesichtsausdrücke von vielleicht Verachtung oder so gegenüber der Frau, obwohl wir sie eigentlich ja ganz toll finden. Aber die Verachtung ist nicht unbedingt der Frau gegenüber, sondern einfach der Angst, die wir haben von so, okay, jetzt habe ich mich gerade hier überwunden und mein Ego will mich da schützen, dass ich jetzt irgendwie noch weiter Erfolg damit habe und schickt mir dann Verachtung hoch, damit ich halt zum Beispiel irgendwas finde an der Frau, das mir nicht gefällt oder die Frau mich ablehnen kann, weil ich einfach Verachtung ausstrahle ihr gegenüber. Und das ist halt nur eine Sache des Ganzen. Oder es ist halt die Art und Weise, wie du kommunizierst generell. Die Art und Weise, wie deine Körperhaltung ist und so weiter. Das sind halt Sachen so, die kannst du halt, ohne dass jemand da drauf schaut, nicht herausfinden. Das ist halt so. Du kannst nicht, also du stehst dann vielleicht bei dir zu Hause vorm Spiegel und es sieht alles okay aus, aber sobald du vor der Frau stehst, machst du dich ganz klein. Und das ist auch ganz besonders bei Männern so, die zum Beispiel eher größer gewachsen sind und damit auch in ihrer Jugend schon groß waren. Die machen sich sehr klein oder oftmals klein, weil sie einfach früh gelernt haben, dass sie, wenn sie groß sind, auffallen. Und auffallen ist nicht gut, weil dann werden sie gemobbt, gehänselt, was auch immer. Und deswegen müssen sie sich jetzt auch klein machen. Oder Männer, die auch generell einfach vielleicht in ihrer Kindheit dann auch klein waren oder halt auf der anderen Seite klein waren, die denken dann, okay, ich werde sowieso übersehen und ich bin sowieso nichts wert und so weiter. Und nur die Großen sind erfolgreich. Und dann haben wir die Beispiele dafür, dass auch wenn du über zwei Meter bist oder was auch immer, dass du dann auch nicht unbedingt den Erfolg hast. Es fängt halt alles im Kopf an. Und das ist halt dann auch die Art und Weise, wie wir auch die Welt ausstrahlen. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir jemanden haben, der von außen drüber schaut, der Ahnung davon hat. Also jeder erfolgreiche Mensch, der in seinem Bereich erfolgreich ist, hat einen oder mehrere Coaches oder Mentoren. Das ist auch nichts Unangenehmes, das ist nichts Peinliches. Ein Großteil der Männer, die bei uns im Coaching sind, die sprechen offen darüber mit ihren Freunden und den Frauen, die sie daten, dass sie gerade bei uns im Coaching sind. Manchmal bringen sie die auch zu den Coaching-Calls mit. Die Mädels finden es gut. Das ist es ja. Wenn du die richtigen Werte mitbringst, dann wirst du anfangen, auch die richtigen Frauen mit den richtigen Werten auch anzuziehen. Und die Angst, die verschwindet sehr, sehr schnell bei diesen Männern, dass sie irgendwie, wenn sie mit der Frau darüber reden könnten, dass die Frau sie dann dafür verurteilt. Weil diese Frauen finden das immer gut. Immer. Also die Männer geraten immer an die richtigen Frauen. Ja, die finden es toll, die finden es toll, dass du dich mit dich selber beschäftigst, dass du versuchst zu wachsen, dass du versuchst, deine Ängste ins Gesicht zu blicken, dass du dein Selbstbewusstsein steigern willst. Das finden die super, weil das sind eben auch Frauen, die dasselbe machen. Lass mich da gerade mal reingrätschen, gerade an der Stelle, Andi. Also bevor wir den Gedanken vergessen. Ich komme ja gerade von einem Workshop-Wochenende zurück. Da haben wir auch abseits vom Podcast gerade auch drüber gesprochen. Und ich finde es so krass. Also wir waren 23 Menschen. Ich war der einzige Mann. Das war ein Persönlichkeitsentwicklungs-Workshop. Der ging ein bisschen in die Richtung Spiritualität. Nichtsdestotrotz, wo wart ihr? Wo waren all die Männer? Es ist so krass, so viele Frauen da. Ich war der einzige Mann da. Und das war jetzt nicht irgendwie ein Frauen-Workshop oder so. Das ist geschlechtsneutral. Das ist unfassbar. Frauen lieben Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn du um die Ecke kommst und denen zeigst, guck mal, ich habe dir dieses Flirtbuch gekauft oder sowas, das kommt auf dieses Flirtbuch an, weil viele Flirt-Ratgeber sind, absolut unterste Kategorie, ist so Laterne ganz unten. Aber die, wenn die Frauen zum Beispiel bei uns in die Coaching-Calls kommen, also die Männer, die bringen ihr Date mit und dann so haben gerade ein Date und dann sagen zum Beispiel, oh, ist gerade irgendwie ein Vertiefungscall mit Andi oder ein Mindset-Call mit Dominik. So, dann sitzen die da und es ist nicht so, dass wir dann irgendwie sagen, oh nee, Frau, bitte raus, das geht gar nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Wir fragen, also ich frage dann die Frauen zum Beispiel, so, okay, was hast du bisher gelernt? Und die kommen aus dem Strahlen nicht mehr raus. Erstmal so, boah, ich wusste nicht, dass ihr Männer die gleichen Probleme habt wie wir. Es ist fantastisch zu sehen, ihr seid alle so liebe Kerle, ihr macht euch so viel Gedanken darüber, dass die Frau irgendwie das in den falschen Hals bekommen würde. Ihr seid alle so herzensgute Männer und erzählen dann darauf, was sie selber dann in diesem Call für sich selber gelernt haben. Und wir haben halt auch dann auch als Coaches dann auch nichts zu verstecken. Warum sollten, das ist kein geheimes Wissen, was wir irgendwie euch da mitgeben oder kein irgendwie gegensätzliches Wissen, kein irgendwie, so kriegst du die Frau rum und so weiter, sondern es ist immer ein gemeinsames Ding. Es ist nicht das Ding von so, so manipulierst du sie ins Bett, hier die drei psychologischen Tricks, wie sie auf gar keinen Fall Nein sagen kann, sondern so kreiert ihr gemeinsam eine schöne Zeit. Und deswegen sitzen dann auch die Dates dann auch gerne mit in den Coaching-Calls. Also es ist, es ist, bin ich auch ein bisschen abgeschwiffen, aber wir sitzen alle im selben Boot, Männer. Und wenn du schon, wenn du schon das Gefühl hast, irgendwie von, ich möchte mehr Frauen in meinem Leben haben. Ich weiß gerade nicht, wie ich darüber hinauskomme. Dirtanalyse.de Diese, diese herzensguten Männer, die dann vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben oder zum ersten Mal seit vielen Jahren oftmals wieder eine Frau daten und ihnen näher kommen, die merken, dass es richtig Spaß machen kann. Das ist es ja, weil sie schon so viele gute Gewohnheiten mitbringen, so viele disziplinierte, leichtherzige Sportlergewohnheiten. Merken sie dann, dass es richtig Spaß macht, Frauen kennenzulernen und zu flirten und auf Dates zu gehen. Und sie haben auf einmal viel mehr Möglichkeiten. Und das sehen wir mal wieder. Wir haben vorhin über Gerald geredet, da gibt es ja auch eine richtig schöne, lange Podcast-Folge, die wir mit Gerald gehalten haben. Oder ich denke da auch an den Milad oder an den Maurice, mit dem ich jetzt gerade in Florenz war und der innerhalb von 90 Minuten ein Date, wo er noch nie in seinem Leben ein Date hatte, innerhalb von 90 Minuten, Frau angesprochen, Nummern ausgetauscht, oben auf den Treppen mit Sonnenuntergangsblick, wieder getroffen und dann ein Date gehabt. Also so Sachen sind halt möglich. Und gerade für diese Sportlermänner ist das sowas von möglich. Und was dann meistens passiert ist, sie merken, das macht mir ja so viel Spaß, ich habe jetzt viel mehr Möglichkeiten. Und dann kommen sie ein bisschen so mit der moralischen Frage, darf ich denn jetzt erst mal Erfahrungen sammeln? Also ich will ja jetzt keiner Frau irgendwie Hoffnungen machen. Was eine tolle Herausforderung ist. Eine richtig tolle Herausforderung. Weil jetzt kannst du lernen, genau die Charaktereigenschaft zu leben, die in deiner nächsten Beziehung, die du vielleicht für den Rest deines Lebens führen wirst, jetzt schon zu kultivieren. Und das ist Ehrlichkeit und Unabhängigkeit. Das ist genau das. Es bedeutet zu kommunizieren, du, hier ist das Kapitel, in dem ich mich jetzt gerade befinde. Das ist mir gerade wichtig. Ich habe so viel verpasst in meinem Leben und ich merke, ich lerne gerade so viel über mich und was ich alles falsch gemacht habe in der Vergangenheit und jetzt habe ich dich kennengelernt und es ist einfach unglaublich und ich habe das Gefühl, da ist noch so viel, was ich entdecken kann für mich und mir jetzt noch im Klaren werden möchte, welche Werte mir wichtig sind und ich kann mich jetzt jetzt gerade noch nicht festlegen. Also es wäre unehrlich. Es geht einfach jetzt gerade noch nicht und ich will dich da nicht irgendwie verarschen und mit entlangziehen oder sowas. Deswegen will ich ganz ehrlich mit dir sein. Ich muss ganz ehrlich mit dir sein, weil ich dich mag, weil ich dich nicht verletzen will. Das ist die Wahrheit und du bist mir zu wichtig, als dass ich jetzt nicht irgendwie da so hinter das Licht führen würde. Dass du ehrlich und unabhängig deine Bedürfnisse kommunizierst. Und es ist so verrückt. Ich habe ja vor ein paar Monaten mit Milad wieder gesprochen. Die Frau Da ist er. Da ist er. Genau dieses Bild. Das dritte von unten links. Die Frau, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, die hat er kennengelernt beim Bergsteigen. Er ist auf dem Berggipfel hoch und hat sie immer wieder gesehen und dann, boah, krass, die ist ja wunderschön und dann war er da oben und da waren vielleicht ein Dutzend Menschen und er hat gedacht, was mache ich jetzt? Ich gehe einfach auf sie zu. Andi hat gesagt, ich muss nur zwei Sekunden mutig sein. Alles klar. Und dann, bumm, ist er auf sie zugegangen, hat sie angesprochen und alle haben geguckt und waren total baff, dass er sie angesprochen hat und haben sich wahrscheinlich gefragt, kennen die sich schon oder wieso lacht sie? Wieso blühen die so auf untereinander? Und die haben zusammen gelacht, haben sich unterhalten, haben Nummern ausgetauscht, haben sich wieder getroffen und daraus ist eine Liebschaft geworden, die anfänglich durch diese ehrliche, unabhängige, liebevolle Kommunikation eine Freundschaft plus war beziehungsweise ein Test einer Beziehung, dann über die Jahre aber immer wieder zusammengewachsen ist, zusammengewachsen ist, zusammengewachsen ist und jetzt sind sie fest zusammen, nach drei Jahren. Und es ist, also ich meine, über diese Jahre waren sie, waren sie immer besonders füreinander und haben sich nicht aus den Augen verloren und haben, ich meine, das, mein Lieber, das ist die Geschichte, die du in einem Film sehen könntest, was die erlebt haben und wie er sie kennengelernt hat und wo sie jetzt gerade stehen. Das ist, da ist so viel Wertschätzung, so viel Liebe, so viel gegenseitiger Respekt, so viel auch, wo sie ihm ermöglicht hat, zu wachsen und der Mann zu werden, der er werden möchte und er ihr ebenfalls ihr ermöglichen wollte, zu wachsen und die Frau zu sein, die sie immer sein wollte und ihre Ziele zu erreichen und so viel Blüte, die sie sich gegenseitig geschenkt haben. Das ist wirklich eine Hollywood-Geschichte. Also, wenn ich sage, Hollywood sind Geschichten, denen du kein Glauben schenken kannst, weil du denkst, du müsstest irgendwie, wenn du dich in deine Arbeitskollegin verliebt hast, müsstest du mit Rosen zur Arbeit erscheinen und ihr diese Rosen geben, weil das in dem Film zu sehen war. Ja, dann, das ist kein gutes Beispiel für eine Hollywood-Romanze, die so replizierbar ist im echten Leben. Nee, aber so eine Geschichte, so eine Geschichte, wo du eine Frau ansprichst, weil du sie unglaublich findest und ihr wechselt Worte miteinander und du bringst sie zum Lachen und du lernst sie kennen und du stellst ihr Fragen, gehst in die Tiefe, habe ich so viele Leitfäden für euch schon gemacht hier auf diesem Kanal, wie du tiefgründige Gespräche führst. Einfach mal Andy Friday, Tiefe oder Andy Friday, Tiefe Gespräche googeln, findest du sehr viele und das, mein Lieber, dann zu verwandeln in eine Beziehung. Das ist, das ist die Geschichte, die wir gerne in einem Film sehen würden und das ist die Geschichte, die du schreiben kannst. 100 Prozent, die diese Männer schreiben. Das ist ja auch dann genau das, wo Frauen dann auch immer ganz gerne sagen, ja, es ist einfach so passiert. Er hat mich einfach so angesprochen. Er war einfach da. Genau, Magie. Das ist, wo Magie geschieht. Ja. Und die Magie kannst du auch schreiben, mein Lieber. Du hast schon so viel richtig gemacht. Ich denke da auch an den Makako, der ja seit vier Jahren für uns coacht, der Coach geworden ist und der damals als Kunde zu uns gekommen ist. Auch super disziplinierter Mann. Er hat sein Leben lang, hat er Kampfsport gemacht. Mehrere Kampfsport, er hat mehrere schwarze Gürtel und auch auf der Arbeit. Immer sehr diszipliniert, hat er noch keinen einzigen Krankheitstag gehabt. Musst dir mal vorstellen, mit Anfang 40, noch keinen einzigen Tag krank gewesen auf Arbeit. Ever. Also richtig, richtig diszipliniert. Kannst du natürlich so oder so sehen, ob das vielleicht nicht zu hart oder streng mit dir selber ist. Aber Fakt bleibt bestehen, er hatte so viele Gewohnheiten schon mitgebracht, dass es wirklich nur noch an den Flirtgewohnheiten lag, dass er noch nicht Erfolg mit Frauen hatte, als er zu uns kam. Und nach drei Monaten war er nicht mehr wiederzuerkennen. Nach sechs Monaten hat er so viele Dates gehabt und hat so ein anderes, strahlendes Äußeres gehabt. Kam ganz anders rüber. Immer wieder die Männer in der Gruppe wenn er ab und zu postet er wieder sein allererstes Video und die Männer sagen, das ist doch Geschauspieler, das bist du doch nicht, das ist doch Bullshit, das war es doch nicht du. Hä? Und sie checken nicht. Also es ist einfach unglaublich, wie ein Mann sich wandeln kann. Das hat er genauso geschafft. Und jetzt hat er mir auch gestern ein Bild von seiner Freundin, die er jetzt seit ein paar Monaten datet und auch eine super, super schöne Geschichte, die haben sich kennengelernt. da gibt es viele schöne Makako-Geschichten, aber ich würde sie am liebsten ihm erzählen lassen. Aber er hat mal bei einem kleinen Kunstfilm mitgespielt und sie hat diesen Kunstfilm gesehen und dann hat sie ihn mal auf Instagram angeschrieben und sie haben miteinander geschrieben. Und das war gerade, als er draußen war, weil er geht ganz gerne mit seiner Ukulele draußen in den Park und dann hat er da einfach so manchmal so eine kleine Jam-Session, spielt ein bisschen Ukulele, kommen Mädels dazu, kommen Menschen dazu. So hat er auch eine Freundin von sich kennengelernt, weil sie dann ebenfalls dazugekommen ist und sie hat gesungen und er hat gespielt und die haben gerade Quatsch gemacht und in dem Moment schreibt ihm seine neue angehende Freundin und so haben die sich kennengelernt. Also in einem Moment der Unabhängigkeit, weil er gerade eine neue Frau kennengelernt hat, völlig lustig und entspannt, in dem Moment kam dann die andere Frau auf andere Wege auf ihn zu. Und da haben wir das Thema von der letzten Podcast-Folge Geschenke annehmen können. Sowas passiert dann eben auch. Und wenn es einmal läuft, wenn der Ball mal ins Rollen gekommen ist, dann kommen Möglichkeiten von allen Ecken. Schöne Möglichkeiten, um Geschichten zu schreiben. Das Momentum. Ja, genau. Momentum, was du dann einfach aufbaust. Dann stellst du die Zweifel ab und ist halt wie bei einem Zug. Der Zug braucht halt ein bisschen länger, also der braucht halt mehr Energie, um ins Rollen zu kommen, aber sobald er im Rollen ist, ist er nicht zu stoppen. Und genau das ist halt das Momentum. Es fühlt sich vielleicht für dich jetzt an, so wie, ach, dieser große Berg, den werde ich ja niemals erklimmen können. Aber das ist das, was wir auch immer sagen, was Andi mittlerweile mehrfach gesagt hat, mehr gesagt hat als ich. Wie isst man einen Elefanten? Bissen für Bissen. Konzentrierst dich auf den Schritt, der vor dir liegt. und die langfristige, jetzt muss ich das Wort Motivation benutzen, langfristige Motivation erreichst du halt nur durch Disziplin, weil du ein ungefähres Ziel hast. Ungefähr weißt du, wo du hin möchtest, aber dein Ziel ist eigentlich die Reise. So, Kalendersprüche nochmal hier, dein Ziel, die Reise, der Weg ist das Ziel. Und weil du entsprechend dann prozessorientiert bist, kannst du das Ganze viel mehr genießen, hast dann viel mehr Ressourcen frei, du bist halt nicht gestresst, hast viel mehr Ressourcen frei, bist mehr in der Kreativität und kannst dann auch solche Geschenke annehmen vom Leben, die einfach viel mehr kommen werden, weil du sie gleichzeitig auch siehst. Die Geschenke sind die ganze Zeit da, du siehst sie halt nicht, weil du halt noch denkst, ja, es ist halt so schwer zu starten, es ist so schwer irgendwie da hinzukommen, es ist für mich unmöglich oder so. Oder es lohnt sich gar nicht, irgendwie diesen Weg zu gehen, weil so und so, der und der ist schuld daran. Und dann kannst du die Geschenke halt nicht annehmen und das ist genau das, was wir auch immer wieder sagen, was die Männer am Anfang des Coachings nicht glauben, so wenn wir ihnen sagen, du weißt gar nicht, wie viele Frauen dir jetzt schon hinterher schauen und gerne mit dir sprechen würden und dann sagen sie, ja, nee, das ist ja vielleicht eines Tages. Aber dann sagen sie nach einigen Monaten, so, du hast mir vor einigen Monaten gesagt, dass mir schon so viele Frauen hinterher schauen. Fuck, du hast recht. Die sind ja überall. So, ganz genau. Ganz genau. Weil du, also, was ist zuerst da? Irgendwie, sind die Frauen da oder hast du die Möglichkeiten erschaffen? Beides gleichzeitig. Die Frauen sind da und du hast viel mehr Selbstbewusstsein aufgebaut und hast dadurch einfach viel mehr Kreativität, bist weniger im Stress und hast dann die Ressourcen frei, das auch zu sehen. Und dann sind die Blicke der Frauen, die fallen dann nicht ins Leere, weil du sie nicht wahrnimmst, sondern sie fallen auf fruchtbarem Boden und du kannst zurücklächeln. Du kannst das Gespräch beginnen. Du bekommst mal eine Nachricht im Park, während du gerade Ukulele spielst. Und dann eben den Schritt zu gehen und mit ihr zu flirten, zu wissen, was flirten ist, das ist Wissen, das kannst du dir aneignen, das sind neue Gewohnheiten, die kannst du dir aneignen, wirklich. Also mit Sportlern zusammenzuarbeiten ist easy peasy. Es ist das geilste Coaching-Verhältnis überhaupt für mich. Die machen halt auch sofort. Richtig, das sind Macher und dann kriegen sie auch die schnellsten Resultate. Also ist einfach, ist einfach mega geil. Wenn du Sportler bist, dann, dann, kannst du schon mal dir einen richtig großen Klopfer auf die Schulter geben. So, super viele Basics schon da. Und wenn du es jetzt auch noch hinbekommen möchtest, dass du mit Frauen endlich dich souverän verständigen kannst, dass du auch mit ihnen auf romantische Dates gehen kannst, dass da auch Sex bei rauskommen darf und zweite und dritte und vierte Dates und natürlich auch eine Beziehung auf Augenhöhe, dann komm zu uns zur kostenlosen Flirt- und Charisma-Analyse. Wir sprechen einfach mal miteinander und du siehst, wie locker das in einigen Monaten passieren kann. Kein Scheiß. Also, überzeug dich selber. Ich freue mich drauf. Ganz viel Spaß bei deiner nächsten Bergerklimmung oder deinem nächsten Halbmarathon. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, falls du jetzt gerade Auto fährst. Dann was? Kleine Sprüche mit Andy Friday und Dominik Van Aave. Vorsichtig. Vorsichtig. Wie Konfuzius schon gesagt hat. Vorsichtig.